Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ihr seid ein Hai, anzunehmen bei Rikal in das Sturm St. Tal. An dieser Position. Nehmt die Quest an. Nun könnte ich zum Strand laufen und da diese Tiefenkämpfer der Z-Gir so töten. Die laufen da umeinander. Die Quest bietet mir aber an, ihr diese Option bei Rikal auszuwählen. Dieses Sprechblaser hier beginnt den Zauber zu wirken. Solltet ihr machen, während ihr nicht auf dem Mount sitzt, weil dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert. Und hier, wie man sieht, ist man ein Hai, wie der Quest-Name schon sagt. Und hier darf man einfach durch diese Mörlok-Schwärme schwimmen. Und man muss keinen extra Knopf drücken. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und wie man sieht, ging das ganz ganz flott. Quest ist abzugeben bei Rikal in das Sturm St. Tal. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Tschau. Ich hoffe sehr, ihr euch habt auch.